hallo und herzlich willkommen meine damen und herren zum besten spiel auf diesem planeten mit eurem lieblings youtuber uran so meine damen und herren als allererstes kaffee nicht vergessen um ehrlich zu sagen habe ich ehrlich gesagt wirklich extremst extremst viel zu sagen also ich könnte ehrlich gesagt aus dieser folge jetzt locker zwei stunden gelabermaterial machen aber ich denke der eine oder andere ist wahrscheinlich auch interessant am gameplay ich war jetzt so geschätzte zwei wochen ungefähr nicht vor dem computer bzw ich war schon vor dem computer aber ich weiß nicht irgendwie am zocken und ich glaube wenn wenn man mein letztes video anschaut was glaube ich eine metro let's play folge gewesen ist da wird man wahrscheinlich auch sehen dass diese dieses video auch ungefähr vor zwei wochen hochgeladen wurde also zwei wochen war ich inaktiv auf youtube und jetzt bin ich vorerst erstmal zurück für eine weile und ich glaube gothic habe ich tatsächlich wahrscheinlich schon ich glaube wir können das hier sogar checken im moment hier steht ja immer schön das datum 10. hälfte 8 24 8 27 8 27 8 geht es juli 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 ok so der timer läuft meine damen und herren also womit sollte ich am besten anfangen also ich glaube der ein oder andere dem ich persönlich kennt der weiß dass ich ja dass ich mich sozusagen versuche bei einer ganz bestimmten sache zu bewerben ich denke ich denke einfach aus gründen dass ja also ich meine die menschen die mich persönlich kennen und denen ich das auch gesagt habe wohin ich mich bewerbe ich vertraue ich ja ich ja das ist ja sozusagen ein zeichen also wenn man sozusagen einem menschen vertraut ja dann sind das dann sagt man gewisse dinge die man anderen fremden zum beispiel nicht sagt und ja es wäre natürlich für mich schön wenn diese vertrauten dinge die ich zu meinen zu meinen vertrauten personen sage dann auch sozusagen dort bleiben und nicht irgendwie 50.000 leuten weiter erzählt werden aber im endeffekt ich kann damit leben selbst wenn das ganze dann weiter erzählt wird und im endeffekt menschen sind menschen also ich akzeptiere mich wie ich bin und ich akzeptiere auch wie die meisten menschen so das neue scavenger nee warte mal ich glaube die scavenger habe ich glaube ich da extra am leben gelassen damit weil ich eine neue fähigkeit erlernen wollte und zwar zähne ausreißen genau erinnerungsvermögen meine damen und herren ja dazu sage ich auch gleich was also eine unsichtbare wand also ich war auf jeden fall werde ich ausgründen dass je weniger ihr wisst umso besser schläft ihr ähm es ist so ja ich habe mich seit äh september nee okay sagen wir seit september ja seit äh oder nee ungefähr ungefähr Mitte september habe ich mich bei einer sache beworben und diese sache beziehungsweise dieser beruf ist meiner meinung nach also ich habe jetzt wirklich in meinem leben ja in in die vergangenheit kurzer rückblick auf alle ereignisse die in meinem leben sozusagen passiert sind und wenn ich sozusagen ehrlich alle lebensereignisse und alle kompetenzen fähigkeiten charaktereigenschaften stärken ja äh charakterliche stärken das ist nämlich wichtiger ähm zusammenfasse alles in einem die passen also wirklich vom gesamtpaket passt das einfach perfekt dahin wo ich mich gerade bewerbe und das ist einfach wisst ihr das ist einfach ein guter ein gutes Gefühl wenn wenn ein mensch das gefühl hat dass er seinen lebensweg gefunden hat wenn er jeden tag aufsteht und sich auf die arbeit freut ja auf die arbeit freut ne ich höre wirklich äh ja ich wisst ihr es gibt äh es gibt leute die sagen wann ist der arbeitstag endlich vorbei ne die wünschen sich dass das Wochenende so schnell wie möglich da ist die freuen sich auf das Wochenende aber ne ganz ganz großes aber der mensch verbringt die größte zeit oder sagen wir vielleicht nicht die größte zeit ja je nachdem wer wer zu welcher zeit äh angefangen hat äh zu arbeiten ähm jedenfalls wir menschen verbringen einen sehr großen teil unserer lebenszeit auf der arbeit und deswegen ist es umso wichtiger dass wir uns auf dem arbeitsplatz glücklich fühlen lebendig fühlen und von 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 dem was wir auf dem arbeitsplatz machen erfüllt werden ja da gibt es natürlich auch andere sehr wichtige sachen die dann auch dazu beitragen dass wir jeden tag motiviert zur arbeit erscheinen wie zum beispiel arbeitskollektiv ja ein arbeitskollektiv kann zum beispiel dazu beitragen dass du motivierter zur arbeit gehst oder dazu beitragen dass du demotivierter zur arbeit gehst und dann eines tages kündigung einreichst weil ja toxische mitarbeiter und sowas ich glücklicherweise in meinem jetzigen teilzeitjob hab das nie kein einziges mal erlebt ja aber ja also falls falls ein paar äh arbeitskollegen da jetzt zuschauen ok erstmal gameplay mäßig werden wir hier nicht so weit kommen aber es wisst ihr ich hab so viel was ich einfach loswerden möchte und ich kann wirklich das ist das ist ein 5 stunden material was ich da habe an dem was ich zu sagen habe ja wisst ihr wenn ich in so ein bewerbungsgespräch kommen würde ich könnte labern 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 die leute die könnten sich zurücklehnen und kaffee trinken und mich am labern äh äh hören auf jeden fall ja kleines komplement ich hab das beste arbeitskollektiv zur zeit was ich mir überhaupt vorstellen könnte und die andere sache ist natürlich aber ähm das 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 wissen die sowieso ähm ja ich hab abitur ich hab studiert ich hab äh wie soll ich sagen wenn ich die zeit zurückspulen würde und 16 18 jahre alt wäre dann würde ich auf jeden fall in den einzelhandel gehen und da anfangen zu arbeiten ok aber ich bin jetzt gute 32 jahre jung und wenn ich sozusagen in die in den einzelhandel mit vollzeit einsteigen würde dann würde ich drei jahre abitur wie viele jahre habe ich denn jetzt studiert aber fünf ne vier sechs Pi mal Daumen sechs sieben Jahre ok runden wir das ganze einfach mal auf auf zehn jahre ich würde zehn jahre meiner lebenszeit einfach so wegwerfen also vielleicht nicht wegwerfen ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt aber so ich mein studium abitur das ist ja auch eine leistung und diese leistung also sowohl sowohl das abitur sowohl das abitur als auch das chemieingenieurstudium ja vielleicht für die die nicht gewusst haben was ich studiert habe ich habe chemieingenieur studiert das würde mir im einzelhandel nichts also schon etwas ja in mathe so wie viel prozent sind von 50 euro aber selbst da kann ich kurz taschenrechner benutzen und eintippen moin und ein sehr sehr ich würde einen sehr sehr kleinen teil von meinen von meinen leistungen der letzten zehn jahre benutzen deswegen wäre es für mich wirklich sehr schade wisst ihr in die toalette runtergespielt hey du ich habe dir doch gesagt du sollst den bauern wasser bringen ich mag es nicht wenn man mir sachen verspricht und sie da nicht hält wer bist du überhaupt schon gut schon gut schon gut dass wir natürlich auf dem boden liegt schon gut schon gut ja glaubst du nur weil ich jetzt zwei wochen nur weil ich jetzt zwei wochen afk war dass ich das ganze vergessen habe alter der hat noch nicht genug alter ich muss jetzt hier zwölf erz keine sorge ich passe darauf auf keine sorge dein erz ist in guten händen deine pfeile brauchst du wahrscheinlich nicht genauso wie deinen bogen pfeile ohne bogen nützen dir nichts deine waffe wirst du wahrscheinlich nicht brauchen du wirst jetzt zum bauer befördert mein freund na du wirst wenig zeit haben das zu bereuen glaubst du ich bin derjenige der das bereut dass du mich angegriffen hast ich glaube du verstehst nicht so ganz die lage in der du dich befindest du hast mir ganz schön aufs mal gehauen man war ein guter kampf aber jetzt ist gut vielleicht möchtest du dich ja rächen erfüllte mich ach was was träger für neft ja stimmt da gab's was ja ja ich glaube die bauern sind etwas durstig mein freund die bauern sehen durstig aus ich kümmere mich drum mach dir keine sorgen doch ich mach mir sorgen na mein freund man was willst du höflich fragen wie meinem guten freund es so geht wollte nur mal sehen wie es dir geht was war da war noch eine andere option na mein freund Mann was willst du ich hatte ein schlecht ich hatte gute ja okay ich meine ihr könnt nicht erwarten dass ich jetzt einen waffenlosen angreife ja der kampf wäre damit nicht gebalanced ja ja ich genau okay passt nur mal sehen wie es dir geht passt ich danke dir du blutest übrigens ich würde vielleicht an einer stelle vielleicht ein pflaster irgendwo hin kleben nicht dass du hier ausblutest und dann deine Arbeit nicht nachgehen kannst so wir haben ja eine erfüllte mission meine freunde ich erzähle gleich weiter wasserträger für lefty okay ich fasse es nicht nachdem ich das wasser überall verteilt habe will lefty doch tatsächlich dass ich jeden tag den wasserträger spiele ich glaube dieser idiot muss mal seine kränzen aufgezeigt bekommt ja hatte lefty war stinksauer darüber dass sich das wasser noch nicht verteilt was haben ist hier bei dem ich hatte ja sozusagen ja da wo ich mich bewerbe da gibt's vier vier groß vier groß prüfungen oder ja vier groß prüfungen jede einzelne prüfung ist natürlich in unter disziplinen oder unter prüfungen aufgeteilt auf jeden fall habe ich das ganz ja ich erzähle jetzt mal ein bisschen was auf jeden fall habe ich damit begonnen dass ich den sportlichen test gemeistert habe dazu habe ich das deutsche sport abzeichen gemacht und zwar habe ich in allen wie viele disziplinen waren das denn das waren sportlich gesehen so das war einmal die ausdauer schnelligkeit ja bei ausdauer musste ich da bin ich da bin ich also ich habe im prinzip alle disziplinen in gold geschafft in der besten leistung die man da erbringen konnte und am ende ich kriege am 7 november ja so eine so eine mini medaille abzeichen das abzeichen sieht aus wie so eine medaille so eine goldene medaille werde ich mir dann so an die wand oder irgendwo auf ein gutes t-shirt ja auf jeden fall genau bei ausdauer bin ich da bin ich 3000 meter in so pi mal dauern in 13 minuten gejoggt dann bei der bei der schnelligkeit musste man 100 meter beziehungsweise musste man kann ich jetzt nicht sagen aber ich bin 100 meter in 12,8 sekunden also runden wir das ganze auf in 13 sekunden ja das war tatsächlich für mich das schwerste sprint also schnell sprint ähm oder ja runden wir es auf 13 sekunden auf ja und das ist schon ein bisschen länger her also ich habe das ganze im september gemacht vor einem monat dann gab es noch die disziplin kraft ja in der kraftdisziplin musste ich einen medizinball werfen der medizinball war ungefähr zwischen 2 und 2,5 kilogramm schwer dass das bisschen unbequeme daran war dass der medizinball halt groß war das heißt du konntest ihn schwer packen also ich meine wenn das ein ganz normaler ball wäre dann ist ja besser zum werfen wisst ihr aber ja der ist etwas größer gewesen den ball habe ich irgendwie ich weiß nicht irgendwas 13 meter oder 14 oder 15 meter geworfen keine ahnung mehr aber auf jeden fall hat das auch ausgereicht für gold dann gab es die disziplin koordination da musste ich hoch und weitsprung machen ja bei weitsprung 5 meter irgendetwas habe ich schon vergessen ehrlich gesagt hochsprung 1,4 oder 5 ne ich weiß nicht mehr hat auf jeden fall auch für gold ausgereicht das ding ist halt jede da gab es eine schöne tabelle je nach geschlecht und alter ja es hängt davon ab wie alt du bist 32 30 18 abhängig von deinem alter musst du unterschiedliche leistung erbringen damit du gold silber oder bronze bekommst und das waren jetzt 4 disziplinen die ich jetzt gesagt habe da war noch eine andere disziplin und da war noch schwimmen schwimmen da musste man ja das kann ich euch auf jeden fall sagen da musste man 200 meter unter 6 minuten packen ich glaube bei mir waren das 4 minuten und fast 5 minuten sage ich mal ja also 4 minuten 50 oder so was oder 55 weiß ich mehr genau genau das war das war der sportliche das erste ja ich kann eigentlich nebenbei zocken das erste der erste test den ich sozusagen geschafft habe war der sportliche test den zweiten der zweite test das war vermutlich für mich das schwerste das war die da waren wirklich sehr viele intelligenzteste also da wirst du da wurdest du sozusagen wir könnten handeln was hast du denn zu bieten habe ich irgendwelche quests ich erzähle gleich weiter oder hat's schön jo danke für deine hilfe nutze dein wissen für die gerechte sache und nur dafür für die gerechte sache ja mein beruf hat ja mit gerechtigkeit zu tun wir repräsentieren beziehungsweise ich werde zukünftig die gerechtigkeit repräsentieren ja ich bin ein ich werde ein organ sein dass die gerechtigkeit die einhaltung der gesetze repräsentiert ok auf jeden fall war dann dieser dieser test wo man wirklich ja bei dem beruf was wo ich mich beworben habe da muss man sowohl physisch als auch psychologisch belastbar sein ja und diese physische belastung stellt man durch diesen sportlichen test heraus und die psychische belastung das war für mich tatsächlich die also das das meine freunde das war wirklich das war wirklich etwas das war wirklich für mich sehr sehr schwer also wirklich sehr schwer ich hatte ich hatte wirklich wartet mal ich muss mich ganz kurz orientieren fleisch für marvin wollen wir vielleicht probieren ich muss ganz kurz zu marvin gehen denn das ist gerade nacht abend und es kann sein dass die leute sich dann so in unterschiedliche richtungen verteilen sobald die nacht eintritt so das müsste glaube ich marvin sein wenn ich mich nicht täusche ja wisst ihr meine damen tern ich weiß noch ein bisschen was ich bin noch nicht so ganz aus der übung marvin was was hast du anzubieten stimmt das war der kollege bei dem wir hier ringe und bücher getauscht haben aber wir sind hier eigentlich wegen der quest ich hab ja was für dich gut du hast genug fleisch gebracht das wird für eine weile reichen glaub aber ja nicht dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst noch etwas vielleicht hast du sonst noch was mit zu tun ja für meinen derzeitigen auftrag benötige ich die krallen eines neppers aber keine einfachen krallen es muss schon was besonderes sein die krallen einer mächtigen bestie die viele männer getötet hat oder etwas derartiges und was springt für mich dabei raus ich kann dir einen ring der unbezwingbarkeit besong ich werde mal sehen was sich machen lässt kann sein dass ich das vielleicht sogar habe oder wir haben 2300 hertz mehr sogar krallen was für krallen sind das ist das stachel genau locker klauen okay mit meiner kurzen zusammenfassung was ich jetzt sozusagen in den letzten zwei wochen so gemacht habe auf jeden fall der grund wieso ich jetzt eigentlich in den letzten zwei wochen inaktiv war auf dem youtube kanal und eigentlich mit dem zocken allgemein war weil ich mich ich habe sozusagen ein buch gekauft und ja das buch hatte ungefähr so 300 350 seiten das das buch hat mir auf jeden fall sehr gut geholfen für die vorbereitung dieses psychologischen tests und dieser psychologische test ja ihr könnt das gerne in google eintippen falls ihr denkt ich erzähle hier scheiße ähm ne das setzt ja dann voraus dass ich dann sage wohin ich mich dann beworben habe ne okay ähm okay dann müsst ihr mir vertrauen ja oder beziehungsweise die die mich persönlich kennen die können das eintippen ja beruf und dann äh in baden-württemberg ja das ist das bundesland wo ich in deutschland lebe ja und äh da werdet ihr dann die äh und genau durchfallquote ja und da werdet ihr dann sehr schnell irgendwo ganz oben wird dann stehen durchfallquote ist äh natürlich je nach jahr ja manchmal gibt es spezialisten elite kommen mehr durch kommen weniger durch aber so statistisch gesehen gibt es bei diesem beruf oder bei diesem wie soll ich das sagen also von allen teilnehmern die durch diese alle vier prüfungen durchgehen sind nur zehn prozent die alle vier prüfungen meistern ja und bei mir war das tatsächlich dann auch ungefähr ja ungefähr es waren insgesamt 50 teilnehmer und von diesen 50 teilnehmern haben es im Endeffekt ähm fünf es geschafft und das Ganze wurde natürlich auch nochmals aufgeteilt ja ich habe mich sozusagen ja jetzt jetzt muss ich ein bisschen spezieller werden äh spezifischer werden ähm ja ich denke ich muss es wohl sagen genau vermutlich werdet ihr dann wissen was was für ein Beruf damit gemeint ist aber auf jeden Fall dieser Beruf hat einen mittleren Dienst und einen gehobenen Dienst ja so wie hier in Gothic ja jedes Lager jedes Lager hat so eine Hierarchie ne hier hier im neuen Lager sind zum Beispiel unten sind die Schürfer danach kommen die Banditen danach kommen die ich glaube das sind die Söldner oder wartet mal äh sind das die Söldner Cord Söldner genau im alten Lager ist es so äh Budler dann Schatten danach Gardist und genau in meinem Beruf gibt es auch äh Hierarchien ich habe mich sozusagen für den gehobenen Dienst beworben für den gehobenen Dienst bräuchtest du nochmal äh mehr Punkte damit du durchkommst und von den 5 die den Test erfolgreich geschafft haben haben es zwei davon in den mittleren Dienst und äh drei davon in den gehobenen Dienst geschafft äh genau ich ich habe den psychologischen Test geschafft aber der das Gesamtpaket ist noch nicht abgeschlossen ja ich habe den sportlichen Test Teil geschafft ich habe den psychologischen Teil geschafft ich habe das Gespräch geschafft das Gespräch war verdammt schwer und das einzige was bei mir noch übrig bleibt ist die ärztliche Untersuchung so ich hoffe sehr bei der ärztlichen Untersuchung werde ich jetzt nicht irgendwie durchfallen ja also ich hoffe wirklich dass ich das schaffe bei der ärztlichen Untersuchung kann man sich tatsächlich jetzt nicht so viel darauf vorbereiten weil ja der Arzt untersucht dich es wird natürlich die Sehleistung geschaut es wird das Hören vielleicht getestet ich werde dann auf so auf so einem Fahrrad Ergometer oder sowas heißt es setze ich mich so hin und dann werde ich so ja die Pedalen drehen und dabei werden dann so Kabeln auf mich an mir angeschlossen sein die werden dann wahrscheinlich irgendwie mein Herz Herz Frequenz anschauen die Lunge schauen ob die ob die okay ist Blutdruck wird wahrscheinlich geschaut Blutproben werden genommen also ich mache natürlich nach wie vor Sport also ich denke ich denke ich kann mich nicht mehr sozusagen im Sinne vorbereiten dass ich irgendetwas lerne weil das ist ja dann jetzt etwas ein Gesundheitscheck ich denke ich denke bei der ärztlichen Untersuchung können die Leute natürlich trotzdem durchfallen ich nehme das immer noch ernst ich wäre natürlich sehr sehr traurig ja ist selbstverständlich aber ich denke die zwei ne die drei schwierigsten Sachen wo die meisten Leute durchfallen habe ich geschafft und beim psychologischen Test das ist halt so ja das war das war halt man kommt an man kommt an und du musst es zuerst meine Nase ist ein bisschen verstopft ist ein bisschen schwierig mit dem Reden gerade also wir kamen so an und danach musste man vor dem Computer ja das war das war ein Allgemeinwissen Test und zwei Teile der Sprachbeherrschung beim Allgemeinwissen Test kamen wirklich Fragen unterschiedlicher Art dran also ich kann mich an so ein paar Fragen erinnern zum Beispiel was ist Al-Qaida wo brach also da waren schon man konnte man konnte den Allgemeinwissen Test nicht zu hundertprozentig richtig alles machen weil da waren auf jeden Fall Dinge dabei die ich vermutlich auch falsch gemacht habe aber ich denke größtenteils habe ich da wahrscheinlich so über 50% erreicht ja so Fragen die ich an die ich mich erinnern kann wo brachte Corona Virus raus ja China was ist die Al-Qaida ja islamistische Terror Gruppe dann was war wer wer musste da wurden dann so ein paar Namen aufgezählt wer musste aufgrund der Corona auf die Intensivstation und dann war glaube ich der englische Minister Boris Johnson oder so heißt der das habe ich so grob in den Nachrichten mal mitbekommen welcher Planet ist Mars größer kleiner oder gleich groß wie die Erde dadurch dass ich halt Interesse in Astronomie habe in diesem Gebiet ist es sehr vorteilhaft gewesen wenn ihr ein breit gefechtes Wissen habt nicht dass ihr so ein Fach ich wollte gerade sagen Fachidiot aber dass ihr so ein Fachspezialist seid und nur hier perfekt seid sondern dass ihr so überall so Tagespolitik ein bisschen Wissenschaft ein bisschen Kunst ein bisschen Religion und dies das jenes ich habe Interesse an Astronomie und Mars war eine Frage ist der Mars größer kleiner oder gleich groß wie die Erde ich habe geantwortet sie ist kleiner ich denke das ist auch richtig dann was war da noch die UV Strahlung dadurch dass ich dieses Chemieingenieur Studium hinter mir habe wusste ich das die UV Strahlung hat die Wellenlänge hat kleinere Wellenlänge des sichtbaren Lichts größere Wellenlänge oder irgendwie gleich groß oder keine Antwort ist richtig UV Strahlung das weiß ich auf jeden Fall also wenn man sozusagen dieses Spektrum Farbspektrum vor sich hat dann weiß ich ungefähr so 300 Nanometer das ist so lila blau dann 700 Nanometer also Wellenlänge Einheit das ist so rot ja Infrarot Strahlung und 300 Nanometer das heißt links von dem sichtbaren Licht und das bedeutet UV Strahlung muss eine kleinere Wellenlänge haben als das sichtbare Licht das war so ein bisschen vorteilhaft für mich was was waren dann noch so für Fragen also das waren so ja vielleicht werdet ihr denken oh wie easy aber wisst ihr was alter das war später alles andere als easy alter ihr müsst euch vorstellen das ist nicht so dass ihr viel Zeit habt sondern ihr könnt ihr habt keine Zeit zum Knobeln ihr ihr setzt euch hin dann sind da zum Beispiel beim Allgemeinwissen teilt ich weiß nicht mehr genau aber auf jeden Fall sehr viele Fragen und sehr wenig Zeit also du hast vielleicht fünf Minuten ne quatsch was für fünf Minuten also fünf Minuten ist noch ein bisschen übertrieben ich glaube das waren so zwei oder drei Minuten wenn du anfängst zu knobeln ist es vielleicht so das vielleicht ne alter kein Ansatz direkt weitermachen oder raten direkt weitermachen du weißt perfekt ok ankreuzen weitermachen aber nicht irgendwie so vielleicht ist es so ok wenn ich mir das so überlege dann muss das so sein nee alter kein Ansatz raten weitermachen und ja was für fragen kann ich mich noch so an allgemein wissen das ist die größte schwierigkeit gewesen sehr viele fragen sehr wenig zeit und bei mir war die größte gefahr war erzähle ich später aber für das erste ach ja genau ok ich kann mich noch an andere frage erinnern Neuseeland also für euch ist ja ganz easy ihr könnt die fragen die ich jetzt so sage auch nachgoogeln und so aber im test habt ihr kein google ihr müsst euch auf euer gehirn verlassen und wenn ihr es nicht gewusst habt dann ja zum Beispiel ja hättet ihr gewusst ja ist der planet mars kleiner kleiner oder größer als die erde wahrscheinlich hätten die meisten von euch geraten also ich denke das ist halt so eine spezielle frage das ist nur wenn man speziell sich darüber interessiert weiß man das aber nicht irgendwie so das ist fragwürdig ob das allgemein wissen ist für mich andere frage die mir gerade so weinfeld neuseeland befindet sich ja jetzt beantwortet die frage innerhalb von drei sekunden oder fünf sekunden befindet sich neuseeland im indischen ozean quatsch in der pazifik in der atlantik oder ja doch indischer ozean genau oder im indischen ozean oder keine antwort ist richtig und da war auch vielleicht irgendwie so schwarzes meer oder ich kann mich erinnern da war ab und zu sind so trollfragen dabei um ja um euch so out of guard zu erwischen ja in welchem in welcher ozean befindet sich neuseeland da müsst ihr ein bisschen so nachdenken ich hab da ich wusste also ja schulzeit gut dass ich aufgepasst habe in geografie ich hab ich hab gewusst dass ich sag euch gameplay mäßig ist die folge nicht nicht so aber auf jeden fall hab ich gewusst zwischen europa und amerika ist die atlantik das wusste ich auf jeden fall indischer ozean ist auf jeden fall da wo indien ist und die pazifik ausschlussverfahren das heißt neuseeland muss in der pazifik sein so da war da war noch glaube ich eine andere geografische frage ähm weiß ich nicht mehr was was gab es denn dann noch so vielleicht erinnere ich mich noch ja was ist al-qaida okay das war easy was ist wo ist coronavirus ausgebrochen war auch easy china das v-strahlung da wurde auch nach zwei fragen ja ich kann mich jetzt an zwei fragen erinnern da wurde nach einem synonym gefragt zwei fragen zu einem synonym also da muss man vier dinge auswählen für was passt als synonym für das wort pragmatisch und was passt als synonym für das wort subtil ich denke das habe ich auch richtig geantwortet ich kann die worte leider auch nicht mehr erinnern aber ich habe auch nach dem ausschlussverfahren bin ich da vorgegangen ansonsten wurde wurde ein bild gezeigt bei einer frage und da muss man sagen wer das ist ja ich denke das gehört ein bisschen zum allgemeinwissen da wurde ein bild des ersten bundeskanzlers von deutschland gezeigt wer ist der erste bundeskanzler gewesen konrad adenau das habe ich zum beispiel durch die vorbereitung gewusst dann war noch eine frage wie viele wie viele staaten hat die eu 27 das habe ich auch gewusst wie viele bundesländer hat deutschland 16 ja so dinge wie viele wie viele länder grenzen an die an deutschland da musste ich mich kurz überlegen glücklicherweise weiß ich die europa karte fast auswendig ja deutschland also wir zählen das mal auf dänemark also von oben und dann gegen den uhrzeigersinn dänemark belgien niederlande luxemburg frankreich südamerika ne quatsch ähm schweiz österreich tschechien polen neun genau da wurde dann auch etwas über die nato gefragt in welchem jahr wurde die nato gegründet bin mir jetzt nicht sicher das würde ich jetzt mal damit ich mich hier nicht blamiere kurz mal nachgooglen ich denke das war entweder das jahr 1949 oder 1951 weiß nicht mehr genau was ich da angekreuzt habe aber auf jeden fall habe ich das richtige angekreuzt weil das andere war da war so ja 1800 denkt etwas dann 1970 1960 wartet mal ganz kurz nato gründungsjahr ja die nato hat 31 starten 1949 genau das nordatlantische verteidigungsbündnis ja ich habe auch ein bisschen durch die vorbereitung habe ich wirklich sehr viel über die geschichte gelernt über politik über die deutsche geschichte europa geschichte über zoll zoll union dann diese ganzen verträge seit wann ja das gab auch die frage seit wann in welchem jahr wurde die eu gegründet ja durch das durch den vertrag von maastricht 1993 oder 92 ja die zahlen war ich jetzt nicht ganz genau im kopf aber so eins von beiden also allgemeinwissen da habe ich ganz gut abgeschnitten und nach dem allgemeinwissen teil kam die sprachbeherrschung bei der sprachbeherrschung gab es zwei teile der erste teil da wurde die grammatik rechtschreibung und der satzbau kontrolliert das heißt du hattest sätze vorgegeben gehabt und dann musst du zum beispiel sagen was war falsch ja komma fehlt rechtschreibung falsch geschrieben satzbau war nicht richtig gestellt ja es gibt ja diese fälle diese diese nominativ akkusativ dativ genitiv ja meine freundi ihr denkt ich bin ausländer aber tatsächlich ich will mich nicht zu sehr aus dem fenster raus lehnen und angeben ich bin normalerweise bis sehr bescheiden aber ich habe gute deutschkenntnisse ja vermutlich sogar bessere als manch deutsche na dann würde ich nur sagen dass es liegt nicht dem talent sondern es liegt in der investition der zeit in der wie viel hingabe fleiß wie sagt man so schön ohne fleiß ne ohne schweiß ne was war ohne schweiß kein fleiß oder ohne fleiß kein kein schweiß ohne fleiß kein preis so ohne fleiß kein preis genau und ja wie fragt man nominativ ab durch die frage wer akkusativ wem dativ wem und genitiv wessen das das ist so zum thema satzbau rechtschreibung rechtschreibung beherrsche ich eigentlich ganz gut da wurde darunter wurde zum beispiel abgefragt s s doppel s also was ist richtig da wurde zum beispiel so äh äh sätze vorgelegt und musstest du entscheiden muss ich da doppel s schreiben scharfes s oder normales s das beherrsche ich eigentlich ganz gut ähm kommasetzung auf welche stelle gehört ein komma beherrsche ich eigentlich auch ganz gut ähm ja so so dinge wie wisst ihr so dinge wie prädikat äh ja was ist ein prädikat das ist eigentlich ja nichts anderes als ein konjugiertes verb ja meine freunde jetzt werden dich ein bisschen hier auspacken ja deutschkenntnisse nix ausländer also ich bin schon ausländer aber integrierter ausländer ich bin das beispiel das ich bin ein gutes beispiel wie okay wir wollen hier keine ähm einflüsse ich betreibe auf meinem Kanal keine politik okay okay passt ich möchte nur ein vorbild sein ja okay ähm ja was ist ein prädikat äh was was ist ein was war da noch so alles äh konjunktion äh konjunktion das sind ja diese ganzen wörtchen die die sätze verbinden und zum beispiel ähm dann äh äh oder nee warte mal äh was was war denn das andere äh ich hab nur ganz kurz äh ein wort vergessen ähm genau präpositionen äh präpositionen äh da musst du zum beispiel richtige präpositionen auswählen oh mein was ist eine präposition eine präposition meine damen und herren ist äh du nimmst einen bezug zum ort also zum beispiel äh uran befindet sich in einem zimmer was wäre in diesem sätzchen äh äh eine präposition das wörtchen in ja relativ ja relativitätstheorie ja albert einstein ist überall ähm in ja relativ ich bin relativ an diesem ort in auf am im und solche dinge zum beispiel ja präpositionen äh dann äh musste man so äh da hattest du so unterschiedliche zeit äh äh formen gegeben gehabt und dann musst du so sagen ja ist das präsens ist das infinitiv äh ist das äh partizip präsens meine freunde wow was für ausdrücke mein freunde ähm ähm ist das äh futur 1 futur 2 ja es gibt ja äh ich werde äh ich werde spazieren gehen oder ich werde gegessen haben ich weiß jetzt nicht ob das jetzt hundertprozentig korrekt ist ich denke schon zwar korrekt aber ich werde morgen einen kuchen gegessen haben das wäre glaube ich futur 2 ja das erkennt man daran dass da so ein perfekt äh so eine perfekt zeitform anhängt ja perfekt ist nicht äh gemeint perfekt sondern die zeitform perfekt ich habe gelesen äh ich bin gesessen dann gibt es noch äh aktiv der satz kann aktiv sein oder passiv sein ihr glaubt gar nicht was ich in den letzten zwei wochen so alles äh ich saß ich saß äh ich ich bin aufgestanden im zimmer und gelernt alter und das 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 verblüffend der war es hat mir spaß gemacht es hat mir echt spaß gemacht es hat mir mehr spaß gemacht als das zocken das ist das erstaunliche ich bin neugierig ich bin von äh wissgierig ja wenn ihr wenn ihr in google über das sternzeichen äh zwilling lest dann werdet ihr sehen ich bin eigentlich das perfekte beispiel also alles was ihr dort seht das das bin ich das das passt perfekt was da drin steht kommunikativ kontaktfreudig ja und so so dinge die da stehen wird neugierig ich brauche einen beruf der abwechslungsreich ist ja das ist der beruf wo ich mich hinbewerbe beworben habe ist sehr abwechslungsreich ja monotonie killt mich meine freunde ein beruf der monoton ist ist nichts für mich ich kann nicht in einem labor stehen nein das nein das tötet mich respekt das kann ich könnte es nicht jeden tag das gleiche auch nichts für mich also klar man muss ab und zu Auge zudrücken aber das es muss abwechslungsreich sein und ja aktiv passiv zum beispiel der text wurde gelesen das ist passiv ich lese den text das ist aktiv ja beim passiv sagst du das so dass keine äh personen angegeben werden genau ich habe da sozusagen sehr viel grammatik gehabt also das war der erste teil der sprachbeherrschung der zweite teil der sprachbeherrschung war dann sozusagen ähm vier diktate und die hatten es echt in sich die hatten es wirklich sehr in sich ich habe mir vorgestellt dass äh das ganze so sein wird ähm man setzt sich hin also was heißt ja man setzt sich ja aber es wird ein Satz vorgelesen und derselbe Satz wird dann nochmal wiederholt aber langsam nix da alter es fing an und dann wurde gelesen ohne Pause und ohne Satzzeichen Angabe das heißt du musst es selbst erkennen kommt da ein Komma hin oder kommt da ein Punkt hin alter wieso ist das so wichtig weil das Ding ist halt als ja mein ja muss ich das erwähnen oder also in meinem Beruf äh muss man äh sich ab und häufig äh anhören was die Menschen sagen ja was die Menschen sagen und das musst du dann abtippen ich muss ehrlich sagen das war große Herausforderung also der Text war wirklich sehr schnell gelesen und ich war dann full Fokus wisst ihr wenn das ist halt so eine Sache also das ich sag ich glaube das wird eine Folge von einer Stunde also ähm die ähm ich bin halt da gesessen und äh ist hier der Full Fokus was ist das also unsere unser Zustand des Gehirns der hängt der hängt davon ab von unseren Gedanken in erster Linie von unserem gesundheitlichen Zustand ja haben wir gut geschlafen haben wir schlecht geschlafen zum Beispiel krank gesund ähm mit unseren Gedanken können wir uns beeinflussen ob wir kriegerisch eingestellt sind ob wir ja sowas wie ich war so eingestellt ich war richtig ich war richtig äh wie soll ich sagen so richtig so richtig Mohammed Ali äh war ich äh eingestellt so sowas wie ja ich ich übertreibe es mal ja entweder schaffe ich das oder ich schaffe es nicht und ich sterbe so so war ich ungefähr so war ich eingestellt ich konnte es mir nicht leisten zu versagen ja so solche Dinge sozusagen klar es ist menschlich zu versagen ich hätte ich hätte versagt aber klar man kann auch so an die Sache rangehen es ist eine Chance für mich wenn ich schaffe dann toll ja wenn nicht dann finde ich was anderes so könnte man auch reingehen aber nein Option A fertig wir gehen direkt rein so war ich eingestellt und beim Diktat saß ich ungefähr so wisst ihr es hier so und äh nach diesem zweiteil der psychologische Test war dann so stufenmäßig aufgebaut also wenn du den ersten Teil nicht schaffst der erste Teil war ja sozusagen Sprachbeherrschung zweiteile Sprachbeherrschung und allgemeinwissen wenn du dieses dieses dreier Paket nicht geschafft hast ja nach diesem nach diesen drei Tests wurden die Leute raus ja sind rausgegangen haben sich da hingesetzt und äh ich hatte ein gutes Gefühl ähm ja weil ich schon wisst ihr wenn ihr wisst das wenn ihr nachkontrollieren könnt also innerlich dass ihr es richtig gemacht habt wenn ihr wisst wie die Regeln funktionieren dann wisst ihr ihr habt das richtig gemacht aber wenn ihr ratet dann ist es so eine Sache 50-50 habe ich richtig oder habe ich falsch geraten ein sehr unangenehmes Gefühl und unsicheres Gefühl und äh die Leute wurden rausgerufen und äh was ist rausgerufen dann ist der ist jemand gekommen und hat Namen vorgelesen mein Name war dabei und direkt wurden 25 Leute ungefähr rausgefildert der 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 die Namen vorgelesen hat hat dann so ohne äh viel zu zeremonieren hat er gesagt die die nicht aufgerufen wurden können ihre Jacken und ihre Taschen holen und nach Hause fahren ja ich hoffe ich werde jetzt hier nicht emotional also der zweite Teil war dann wirklich schwer das war das waren insgesamt vier Tests es wurde das Erinnerungsvermögen abgefragt also kurz und knapp da wurden ähm Bilder wirklich sehr viele Bilder geschätzt 50 Bilder äh gezeigt diese Bilder musstest du merken wie sie aussehen welche Farbe haben sie und welche Nummer hatten sie jedem jedem Bild wurde eine Nummer hingewiesen und ähm du musstest die merken und dann später sagen ob das Bild dran kam das war wirklich so eine Sache da habe ich geraten teilweise du kannst das ist unmenschlich also für mich es ist unmöglich 50 Bilder zu merken ich schaffe es nicht ähm und ähm ein anderer Teil da habe ich mich da habe ich wirklich unsicher gefühlt ein anderer Teil war ja ihr müsst euch vorstellen hier zum Beispiel na wartet mal nehmen wir mal irgendeinen großen Text ja genau hier ein großer Text allerdings war das ein Text äh es wurde ein Text äh gegeben beziehungsweise ein Text mit äh B Q also nicht irgendwie so der Sinn gemacht hat sondern da wurde B Q D A B Q D A äh irgendwelche Buchstaben wurden gezeigt und du musstest dann ein B mit exakt zwei äh ja Strichen markieren und das das krasse war diese ganzen B D Q B D A die hatten auch alle Striche mal oben zwei mal oben eins mal unten eins mal unten zwei wichtig zwei Striche D mit zwei Strichen also es war wirklich du musstest du musstest so so sitzen und äh ich hab ich bin mit dem Text nicht ganz durchgekommen ich hab den Text ungefähr zur Hälfte ungefähr zur Hälfte hab ich den Text geschafft und ab da hab ich mir wirklich gedacht ach du Scheiße ich hab den ersten Teil geraten ja größtenteils geraten den zweiten Teil hab ich äh zur Hälfte nicht geschafft und äh es ist auch nicht sicher ob ich dann auch die das was ich markiert habe auch richtig äh hatte ja es ist ein sehr unsicheres Gefühl wenn du so da sitzt und äh da hab ich schon gedacht ach du Scheiße das wird das wird nichts ich hab ich hatte mir schon wirklich gedacht ich saß so vor dem Bildschirm und äh hab mir gedacht Scheiße Alter ich werd's nicht schaffen ja also auf jeden Fall gab's dann ähm ähm danach noch äh dritter Teil dritter Teil war figurale Intelligenz das war schon so wesentlich da konntest du was machen also da wurde dir zum Beispiel eine die Matrizen die waren echt hart also das du du hattest zum Beispiel neun Felder dreimal drei Matrix neun Felder gegeben äh acht von diesen Feldern waren gegeben und du musstest den Algorithmus herausfinden nach welchem äh die Figuren das Schema nach welchem die Figuren aufgebaut sind und es war wirklich teilweise sehr schwer es ist nicht so wie ihr das im Internet vorfinden könnt wo ihr zum Beispiel so ja hier hier ist ein Dreieck hier ist hier ist ein Quadrat hier ist ein Kreis okay im anderen Feld ist ein Dreieck ein Quadrat etwas fehlt ja was fehlt ein Kreis fehlt super das ist komplett easy meine Freunde das ist super easy aber das was ich hatte das war alles andere als easy wirklich alles andere ihr müsst euch vorstellen ja dass die Zeit die Zeit die geht ihr könnt mich irgendwie so knobeln das geht nicht ne wenn ihr keine Ahnung habt müsst ihr raten und es war bei mir dann so ich habe teilweise geknobelt und habe ich die Figuren rausgefunden aber dann habe ich gemerkt oh scheiße ich habe nicht mehr viel Zeit und in der gegebenen Zeit werde ich auf gar keinen Fall in dem Tempo die übrigen Aufgaben schaffen und dann habe ich die Strategie gewechselt ja das ist nämlich auch wichtig ja Bruce Lee sagte Be Water wisst ihr was das bedeutet anpassungsfähig seid anpassungsfähig und genau diese Fähigkeit habe ich dann eingeschaltet beziehungsweise dieses ja den Skill ich habe die Strategie sofort ich habe gemerkt ich komme damit nicht weiter ich muss die Strategie wechseln ja dass diese Erkenntnis unter diesem Zeitdruck müsst ihr diese Erkenntnis auch erstmal kriegen ne und dann habe ich sozusagen teilweise geraten es war wirklich ich würde mal sagen so 50% durch ja durch Verstehen habe ich gelöst und die anderen 50% auch durch geraten und nach diesen drei Teilen da habe ich echt gedacht Alter hier hast du geraten hier hast du geraten hier hast du geraten und zu 50% ist nicht zu Ende gebracht also der Test war wirklich darauf ausgerichtet dass du ihn dass du dass du dass du ihn nicht schaffst also und dass du ihn hundertprozentig nicht schaffst der war wirklich darauf ausgerichtet ausgerichtet zumindest kann ich das im Nachhinein sagen und es wisst ihr es ist ein wirklich wenn ihr wenn ihr bei der bei einer Prüfung sitzt das zu einer Lebensveränderung führt ja bei mir ist das ein lebensveränderter Schritt in die Zukunft ihr werdet getestet und wenn ihr dann wenn ihr seht fuck ich ich rate hier das gibt euch ein wirklich sehr unsicheres Gefühl ich hab nach dem dritten Test hab ich wirklich ich stand da ich hatte ja ich dachte mir wirklich so scheiße alter verkackt kurz ja kurz davor ich war echt kurz davor die Hoffnung zu verlieren der vierte Test hat vermutlich der vierte Test hat vermutlich meinen Arsch gerettet das war numerische Intelligenz das war da gab es jetzt wirklich sehr vereinfacht gesprochen da gab es eine Zahlenreihe eins zwei drei vier welche Zahl ist die nächste fünf du musstest auch hierbei einen Algorithmus herausfinden wie die Zahlen miteinander verknüpft sind durch welchen Algorithmus die Zahlen miteinander verknüpft sind und die anderen zwei Zahlen bestimmen es war teilweise schon ein bisschen schwer aber dadurch dass ich halt in meinem Chemieingenieurstudium viel Mathe hatte ähm ich hab diesen Test hab ich tatsächlich selbst unter enormem Zeitdruck zu hundertprozentig richtig gelöst das hat mir ja das hat mir das hat das das hat das das hat alles auskompensiert sag ich mal dann sind wir dann alle wieder wieder rausgegangen ach ja denn ich hab ich geb einen Tipp an Leute die vielleicht so einen Test auch vielleicht machen müssen ähm macht nicht ich finde das ist eine eine Sache die die verbesserungswürdig ist ich bin nach dem ersten Test rausgegangen und dann bin ich zu habe ich mich zu der Masse hinzugesetzt und bei der Masse ja wisst ihr da wurde da gab es dann so Panik Dramas Zweifel oh was ich fand den Allgemeintest schwer ich wusste zum Teil wirklich ich hab zum Teil geraten äh der Diktat war wisst ihr da haben so Leute gesagt ja äh ich hab von vier Diktaten nur zwei geschafft äh was doch zwei geschafft ich hab nicht mal äh ich hab nur einen geschafft ich höre mir das Ganze so an und äh dann wurde ich auch gefragt hast du alle vier Diktate geschafft ich so trocken und kalt ja ich hab alle vier ja ich hab alle vier geschafft ah ok ja ich habe wisst ihr macht nicht den Fehler und äh nach dem ich habe sofort erkannt es war ein Fehler sich zu der Masse hinzuzusetzen weil diese ganze Panik die die brauche ich nicht die lenkt ab die lenkt wirklich stark ab und nach dem zweiten Test bin ich rausgegangen und dann hab ich mich irgendwo alleine hingesetzt ja damit ich mich sozusagen nochmal so fokussieren meditieren kann als mögliche und danach wurden nochmal Namen aufgerufen mein Name war dann wieder dabei die anderen durften gehen und hierbei ähm hat man danach also danach war dieser diese ganze diese ganze Allgemeinwissensprach ja schon Intelligenzteste waren vorbei und jetzt kamen wir zum charakterlichen Test der war wirklich sehr schlau aufgebaut also der war wirklich sehr sehr schlau aufgebaut ähm du musstest vor dem Computer ähm du musstest vor dem Computer zum Beispiel äh da gab es äh sehr viele Fragen die Fragen musstest du beantworten im Sinne das trifft auf dich zu oder das trifft auf dich nicht zu ja zum Beispiel bist du teamfähig ja oder nein vor allem nicht nur ja oder nein sondern wie stark da gab es auch eine Skala bist du 10% teamfähig bist du 20% teamfähig und so weiter ja so könnt ihr euch das ganze vorstellen ich habe im Nachhinein dann gehört wie die anderen Leute das ganze beantwortet haben manche haben zum Beispiel das ganze so beantwortet dass die fast alle Fragen mittig beantwortet haben und ich finde persönlich mittig das ist so eine Sache das ist neutral mittig heißt nicht nein und heißt auch nicht ja wenn es heißt bist du arbeitest du gerne in einem team dann musst du gefährlichst ja zu 100% sagen und nicht ah 50% und durch meine Vorbereitung habe ich dann gewusst ich habe mir das ungefähr so vorgestellt dass ja das ist Bio Water mein Freds das ist diese Anpassungsfähigkeit ich wusste nach diesem Persönlichkeitstest gibt es dann noch ein Gespräch und je nachdem was man in diesem computergestützten Persönlichkeitstest geantwortet hat wurde man später im Gespräch durch verschiedene simulierte Szenarien auf diese Fragen nochmal konfrontiert oh geil ah ne ok ich dachte es hängen geblieben und genau das ist meine Damen und Herren passiert ich bin als letzter aus diesem Persönlichkeitstest herausgegangen weil ich mir wirklich die Zeit nehmen wollte und wirklich überlegen wollte ob das wirklich zutrifft ich bin ich war nicht derjenige der die meisten Fragen es gab schon ein paar Fragen die ich so zu 60% zu 40% beantwortet habe aber größtenteils habe ich entweder ja oder nein gesagt also zu entweder 100% oder 0% weil ja manche Fragen muss man so beantworten ich finde ich finde ich finde dieser Test sollte herausfinden der Test sollte herausfinden dass beziehungsweise die ich denke das Ziel von dem von diesem Persönlichkeitstest war heraus ja dass dass die Leute die den Test machen sollten sich öffnen ja derjenige der diese Fragen mit dich beantwortet hat der oder die ähm hatte vermutlich Angst zu viel von sich selbst preiszugehen aber wenn du den Job haben möchtest dann musst du dich öffnen denn dieses ganze Auswahlverfahren das prüft dich physisch durch den sportlichen Test das prüft dich psychisch ja durch diese ganze Intelligenz Tests wo du viele Aufgaben unter sehr hohen viele Aufgaben sehr wenig Zeit und es prüft dich auch charakterlich passt du vom Charakter her in den Beruf hinein und das muss das wollte man mit dem Persönlichkeitstest äh herausfinden deswegen musste man ich denke das musste man ja ich hab zumindest so gemacht also ja oder nein ich denke die Leute wollten auch sehen kennst du dich kennst du dich weißt du wer du bist kennst du deine Kompetenzen kennst du deine Fähigkeiten kennst du deine charakterlichen Stärken auch mal eine Frage für euch zum Nachdenken ja denn das waren auch dieselben Fragen die ich gerade aufgezählt habe waren es die mich dazu geleitet haben den passenden Beruf auszuwählen denn erst wenn man sich selbst kennt erst wenn man sich selbst kennt seine Fähigkeiten und Kompetenzen seine charakterlichen Stärken dann muss man den entsprechenden Beruf zu diesen Eigenschaften wählen denn nur dann ich bin davon überzeugt nur dann wird dein Job Spaß machen und dein Job den du liebst und der auch Spaß macht der wird sich dann so anfühlen wie nicht arbeiten also wie du suchst dir einen Job den du liebst dann wirst du keinen einzigen Tag arbeiten ein bisschen Philosophie war übrigens auch eines der Gründe denke ich wieso ich dann wieso ich den Leuten dann auch im Persönlichkeitsgespräch gefallen habe weil ich mich wahrscheinlich von den anderen Mitbewerbern durch diese ja durch diese Gedankengänge unterschieden habe ja im Persönlichkeitsgespräch saßen dann Leute mir gegenüber ja das war ein bisschen angespannt also mir gegenüber saßen zwei Leute ja eine hat also eine Frau hat Fragen gestellt oder eigentlich haben beide Fragen gestellt aber das war das waren immer simulierte Szenarien wie würde ich mich in diesen simulierten Szenarien verhalten ja das heißt Persönlichkeitstest ja wurde Persönlichkeit Charakter abgefragt es wurde natürlich auch dann im Persönlichkeitsgespräch nochmal abgefragt ob ich in diesen simulierten Szenarien ob ich dann auch so wie ich dann handeln würde und ob ich abhängig davon was ich dann antworten geantwortet habe macht man Schlussfolgerungen ob ich im Persönlichkeitsgespräch äh im Persönlichkeitstest authentisch geantwortet habe und nicht versucht habe das System zu manipulieren ja hier könnt ihr auch sozusagen wenn ihr wisst was der Beruf für Charaktereigenschaften verlangt dann könnt ihr das System manipulieren zum Beispiel ja und im Persönlichkeitsgespräch ähm genau da wurde immer wieder mich gefragt Szenarien wurden simuliert und ähm das äh diese ähm es wurden halt Fragen gestellt und ähm es wurde immer wieder aufgeschrieben irgendwas also da war wirklich ein fette Fragekatalog erstens mal und äh da wurde dann so äh immer wieder wenn ich was gesagt habe wurde dann geschrieben was ich gesagt habe das hat mich so ein bisschen äh ja irritiert aber was mich wesentlich mehr irritiert hat ähm da war so ein Herr der mich die ganze Zeit analysiert hat der hat die ganze Zeit mir in die Augen geschaut ich hab gemerkt der hat mich gelesen der hat geschaut der hat auf mich geschaut wie ich äh ich war ich war nervös ihr müsst euch vorstellen also erstens der Typ war nicht irgendwie so 20, 30 oder so das war schon so ich denke so über 60 erstens mal und äh ja der hat ich versuche das mal nachzumachen ungefähr so und ähm ich hab gemerkt er hat mich auf jeden Fall analysiert gelesen wie ich mich verhalte vor allem wie ich dann sozusagen mit den Händen ich hab versucht authentisch bei allen Fragen zu sein ähm ehrlich zu sein wie ich es wirklich in Wirklichkeit machen würde ähm und äh ich hab ich denke seine Rolle in dem Gespräch war es zu analysieren ob ich lüge oder oder nicht ob ich aufgrund meiner Verhaltensweise ich meine die Leute äh ja das ist das sind Spezialisten ja also der hat mich wirklich stark unter Druck gesetzt vor allem wisst ihr da sitzen halt so drei Leute und äh das erstens mal ja das ist äh Seitenverhältnis nicht gebalanced ich alleine da gegen ja und äh dann diese 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 das hat mich schon so ein bisschen so so Fragekatalog und dann so wenn ich was sage hinschreiben dann weißt du nicht ah ist das richtig oder ist das falsch was du gesagt hast und dann die die andere der Person die dich da die ganze Zeit äh liest ähm analysiert sozusagen ja es war wirklich äh schwitzen in einem Wort es war es war schwitzen einer anderen einer anderen Art man kann zum Beispiel schwitzen durch sportliche äh betätigungen ja Sport man kann schwitzen durch wenn ihr irgendwie gehirnmäßig äh etwas aktiv seid äh man kann bei Warzone schwitzen ja beim Zocken ja und das war wirklich eine das übertrifft wirklich jede Art vom Schwitzen die ich jemals in meinem Leben erlebt habe also wirklich das war nicht leicht das war das war alles andere als leicht und äh ich kann mich genau erinnern der Typ also die haben mir dann gesagt ob ich bestanden habe oder nicht ja ich war dann auf jeden Fall emotional ich habe nicht geweint aber ich war kurz davor weil wisst ihr das ist wirklich sehr nicht nur nicht nur allein dass diese Menschen vor mir saßen und äh ich dieser psychologischen Belastung ausgesetzt war äh war sondern äh ich war auch einer komplett anderen Belastung unter ja das das ihr müsst euch vorstellen ich bin 32 Jahre alt ich habe die letzten zehn jahre Abitur studiert und äh gelandet im Einzelhandel etwas was dann komplett nichts mit dem Studium zu tun hat und äh ja es war schon schade ja und dann auch wisst ihr so Eltern mäßig Enttäuschung so ein bisschen ich denke ich denke ich darf das sagen also das ja das das sozusagen ja jetzt hast du studiert aber was du machst jetzt Einzelhandel äh Einzelhandel kannst du auch nach Hauptschule oder Realschule machen da brauchst du keine kein Abitur kein Studium und das war halt sehr starke äh sehr starke Belastung die äh die die im Hintergrund saß die Ich versuche mich kurz zu fokussieren. Weil ich noch einen Satz zitieren möchte, den übrigens der Herr mir gesagt hat, nachdem das Gespräch vorbei war, also der, der mich sozusagen die ganze Zeit angeschaut hat und gelesen hat. Also er hat ganz am Ende mir gesagt, genau solche... Es ist für mich nicht leicht, das auszusprechen. Weil nach diesen Worten war ich wirklich geführt. Also... Es ist nur ein Satz. Aber manchmal... Genau solche Leute suchen wir. Das hat er zu mir gesagt. Das hat mich... Das hat mich wirklich gerührt. Und... Ich habe... Ich habe ihm auf jeden Fall auch gesagt, also ich... Klar, ich habe im Gespräch auch gesagt, ich habe studiert, Chemieingenieur. Ja... Und... Wisst ihr... Das ist dann... Zu meinem jetzigen Beruf, wo ich mich bewerbe. Das ist sogar passend. Denn wenn ich das schaffe, kann ich das dann später mit meinem Chemieingenieurstudium verbinden. Das heißt, ich habe nicht umsonst studiert. Im Prinzip, wenn ich jetzt alle... Wenn ich... In mein Leben zurückblicke. Alle Lebensereignisse in meinem Leben sozusagen so... Nehme. Und als Puzzle sozusagen zu einem großen Ganzen zusammenfüge. Ich kann Russisch. Ich kann Englisch. Ich bin sportlich fit, sage ich mal einfach so. Ich kann wirklich gut und gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Also Teamfähigkeit. Und... Also ich bin kein Einzelgänger. Sondern... Ich brauche ein Arbeitsfeld, wo ich mit Menschen arbeite. Also... Ja... Einzelhandel zum Beispiel. Oder Lehrer. Oder... Das andere. Ähm... Also... Was ich mache. Oder machen werde. Hoffentlich, wenn ich den ärztlichen Test bestehe. Alle, ich werde den ärztlichen Test bestehen, Alter. Fertig, Alter. Da gibt es nichts anderes. Es ist Schicksal, Alter. Es ist Schicksal, Alter. Es ist Schicksal, Alter. Es ist Schicksal, Alter. Alle Dinge... Auch... Auch, dass ich Chemieingenieur studiert habe, passt auch gut in das Feld. Ähm... Das... Alles, was ich im Leben gemacht habe, ist nicht umsonst gewesen. Das... Das... Das habe ich erkannt, Alter. Und wisst ihr, ich sage jetzt einfach mal so, wie ich es denke. Das ist... Das ist... Also nicht... Es gibt eine höhere Macht, Alter. Ähm... Entschuldigung für das Wort Alter. Es gibt eine höhere Macht. Ein Gott. Ich weiß nicht, wisst ihr... Gott testet euch. Gott testet euch. Das ganze Leben lang. Und, ähm... Das... Ähm... Ihr müsst euch vorstellen... Ich, äh... Bevor ich sozusagen, äh... Dahin zum Test gekommen bin. Der Test ist um 8.30 Uhr gestartet. Ich bin... Ich... Ich bin um 6 Uhr morgens... Losgefahren. Und... Laut Navigation hatte ich eine Fahrzeit von 40 Minuten. Das heißt, ich bin... Um 6 Uhr losgefahren. Ich hatte Puffer von 2 Stunden... Ich hatte 2 Stunden und 30 Minuten. Ich bin in einen verkackten Stau hineingekommen. Der war wirklich... Ich bin um 9 Uhr. So... Ich habe... Ich habe für eine Fahrzeit... Für 40 Minuten Fahrzeit... Habe ich... Äh... 3 Stunden Fahrzeit gebraucht. Aufgrund des Staus. Ich habe mich... Ich habe dann angerufen, mich entschuldigt... Und dies, das, jenes... Ich meine, was soll ich... Soll ich um 5 Uhr losfahren, oder was? Das wäre schon ein bisschen übertrieben, oder? Und... Auch... Ist hier... Mein Vater war... Meine Eltern waren dann krank... Zu dem Zeitpunkt, wo ich mich vorbereitet habe... Und ich dachte mir... Alter, das kann doch nicht sein, Alter... Das ganze Jahr... Alle gesund... Und jetzt... Genau jetzt, Alter... Kommt Krankheit in mein Haus... Sehr schlechter Zeitpunkt... Aber... Da gibt es noch so eine Sache... Man kann noch vorbeugen... Dass hier Sport macht, ja... Verbessert das Immunsystem... Man kann vorbeugen... Da habe ich Vitamin C... Vitamin D... Vitamin K... Fischöl... Ja... Sanddorn... Da habe ich Vitamin C... Zum Beispiel... Selen... Zink... Zink auch sehr wichtig für... Q10... Ja... Mit solchen Dingen kann man vorbeugen... Ich nehme dann auch Angozin... Nehme ich auch noch zu mir... Wenn ich das Gefühl habe, krank zu werden... Und... Ja... Viel trinken... Ja... Mein Mentor... Ja... Ja... Ich sage jetzt... Ich... Ich weiß jetzt nicht... Also wie groß meine Reichweite hier so ist... Aber... Wenn ich schon... Einigen Leuten was... Gutes... Auf den Weg geben kann... Dann ist das... Auf jeden Fall das... Ähm... Ja... Mein Mentor aus... Der Zooabteilung... Markus... Ich nenne es einfach nur den Vornamen... Äh... Hat mir gesagt... Zwei... Zwei... Zwei sehr wichtige Dinge... Die jeder machen kann... Um seine Gesundheit zu verbessern... Erstens... Mehr trinken... Ah... Mehr trinken... Trinken... Einfach... Also nicht Wodka... Und Wasser... Ja... Wasser trinken... Mehr Wasser trinken... Äh... Das spült die ganze Scheiße weg... Also... Und... Allgemein... Wasser ist wichtig... Also... Wenn ihr dehydriert seid... Dann könnt ihr Kopfschmerzen kriegen... Dann... Wir... Wisst ihr... Wir... Unser menschlicher Körper besteht... Keine Ahnung... Zu drei Viertel... Oder... Ich weiß nicht genau die Zahlen... Aber wir bestehen zum größten Teil aus... Ja... Sind flüssig sozusagen... Ja... Und... Mehr trinken... Wasser trinken... Und... Weniger essen... Deutschland ist... Keine Ahnung... Zu 60%... Übergewichtig... Wieso? Weil wir hier so... Äh... Ja... Zucker Industrien... Ah... Ja... Zucker ist eine süße Droge... Aber... Wieso wird das nicht verboten? Weil... Also was heißt verboten? Klar... Wir brauchen schon einen gewissen Teil Zucker... Für unsere Gehirnleistung zum Beispiel... Aber... Nicht in... Überfluss... Ja... Und... Zucker ist tatsächlich... Ja... Ihr könnt Statistiken... Studien lesen... Zucker ist tatsächlich... Die größte... Die Ursache Nummer 1... Für die größten... Äh... Krankheiten... Ja... Selbst wenn ihr Zucker viel isst... Das fördert... Krebswachstum... Auf jeden Fall... Weniger essen... Also im Sinne... Ihr könnt schon... Essen... Aber halt... Abwechslungsreich essen... Und äh... Es ist dann auch wichtig... Ähm... Das Richtige zu essen... Also nicht irgendwie so... Chips... Cola... Äh... Ja... Solche Dinge... Pommes... Sondern... Gemüse... Obst... Ähm... Ja... Mehr sowas... Wisst ihr... Eiweißreich... Klar... Äh... Fette... Gesunde Fette... Kohlenhydrate... Gesunde Kohlenhydrate... Zum Beispiel aus Obst... Und nicht irgendwie raffinierte aus... Irgendwie Snickers... Oder sonst noch was... Gummibärchen... Es bringt halt... Äh... Für die Zuckerindustrie... Äh... Umsatz... Ja... Und Umsatz... Mehr Profit... Also mehr Profit... Mehr Geld sozusagen... Genauso wie hier... Ein Computerspiel... Ein Computerspiel ist auch ein Produkt... Der... Äh... Einer... einer... Computerspielentwicklerfirma... Und äh... Je mehr... Je mehr Leute das... Äh... Produkt... Nehmen... Umso besser... Umso mehr Profit... Für die Firma... Aber... Wenn der Mensch zu viel zockt... Zu viel sitzt... Vor dem Bildschirm... Dann vergeht immer mehr... Lebenszeit... Ins Nichts... Das ist nämlich eine virtuelle Welt... In dieser virtuellen Welt... Werden... Positive... Positive... Gefühle... Simuliert... Zum Beispiel... Ich schaffe hier eine Quest... Was haben wir jetzt geschafft? Wasserträger für Lefty... Yeah... Ich habe hier eine Quest geschafft... Super... Ich freue mich... Ein... Gefühl... Der Freude... Wird... Simuliert... Ich bin in einem Simulation... Ich bin in der Matrix... Das Gefühl... Habe ich nicht... Bekommen... Weil ich hier... Irgendwie... Im realen Leben... Was gemacht habe... Sondern... Ich habe es in der virtuellen Welt gemacht... Ja... Potenzial... Der Menschen... Geht verloren... Durch zu viel Computerspiel... Ah... Wuhan packt aus... So nenne ich wahrscheinlich den Titel dieses Videos... Ähm... Weniger Essen... Genau... Weniger Essen... Fördert... Die... Zell... Erneuerung... In eurem Körper... Ich bin jetzt... Ich kann jetzt leider... Äh... Wäre der Markus jetzt da... Der hätte euch wirklich da... Von A bis Z... Alles gesagt... Aber... Ja... Ähm... Kurz und knapp... Weniger Essen... Verjuckt euch... Ja... Ich... Also... Manche... Ich kenne wirklich... Ja... Jetzt ein Kompliment an Markus... Ich nenne jetzt mal einfach so eine... So ein Detail... Ja... Er ist... Fast 40 Jahre alt... Aber der sieht aus wie 20... Alter... Weniger Essen... Verjuckt euch... Alter... Ich will mich selbst jetzt auch nicht angeben oder so... Aber... Ich persönlich finde... Äh... Oder... Ja... Ich sag's mal... Ich formuliere das jetzt mal ein bisschen um... Äh... Wo manche Menschen mich kennengelernt haben... Und mich dann gefragt haben... Wie alt bist du? Da haben die mich ja auch nicht irgendwie auf 32 Jahre geschätzt... Sondern... Ja... Auf 60... Ja... Sondern Junge sozusagen... Und... Ja... Sport... Bewegung... Das Leben... Mein... Leitfaden sozusagen... Meine Propaganda auf diesem Kanal... Ja... Meine gute Propaganda... Ähm... Bewegung... Und... Äh... Weniger Essen... Und vor allem... Das... Richtigere Essen... Abwechslungsreichere Essen... Verjuckt euch... Hm... Ihr seht Junge aus... Ja... Antioxidantien... Auch ein wichtiger Begriff... Das... Äh... Tut... Freie Radikale in eurem Körper sozusagen... Abfangen... Okay... Ich erinnere mich an etwas... Je mehr ihr esst... Umso mehr... Ja... Unser... Unser Magen... Das ist ja ein chemischer Reaktor... Das heißt... Da entstehen... Äh... Wie nennt man das? Exogene... Äh... Ne... Exotherme Reaktionen... Ja... Es wird energiefrei... Denk ich mal... Äh... In Form von Wärme... Ja... Wissenschaft... Ähm... Und... Äh... Das heißt... Unser... Wir sind wie ein Verbrennungsmotor... Essen kommt rein... Wird im Inneren verbrannt... Ja... Umgewandelt... In eine andere Energieformen... Und... Dabei... Bei diesem Prozess... Werden... Freie Radikale frei... Das heißt... Je mehr... Wir... Fressen... Umso mehr... Äh... Werden Freie Radikale frei... Die... Dann... Unserem Körper... Schaden zufügen... Natürlich bedeutet es jetzt nicht... Dass ihr jetzt... Äh... Hier hungern müsst... Aber... Nur so als Beispiel... Ihr... Habt sicherlich schon... Äh... Menschen getroffen... Die... 50 Jahre alt sind... Und... Schlank sind... Aber die sehen aus wie 30 oder sowas... Vielleicht hab ich übertrieben... Aber auf jeden Fall 10 Jahre jünger sind... Als... Wie sie tatsächlich sind... Wieso ist das so? Ja... Ja... Quatsch... Ja... Meine Damen und Herren... Auf jeden Fall... Also das war jetzt wirklich eine... Eine Folge... Ich werde ab der nächsten Folge... Dann wirklich mit... Gameplay... Weitermachen... Ähm... Ich... Ich werde versuchen... Also für mich... Für mich... Ich... Ja... Ja... Zum Thema... Also ich hatte während dem Test... Intelligenztest... Wirklich die Hoffnung verloren... Aber dann dachte ich wirklich... Alter... Du hast schon jetzt so viel hinter dir... Ne... Also... Wisst ihr... Ich wollte so... Die... Die Hände zusammenpacken... Und aufgeben einfach... Wirklich aufgeben... Aber... Ich hab mir dann so gedacht... Alter... Nein Alter... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich hier heute... Eine Niederlage... Äh... Einstecken muss... Dann werde ich das... Nicht... Ohne einen Kampf... ...hinnehmen... Ich werde kämpfen... Bis zum letzten Alter... Ja... Spartans... Äh... Never surrender... Never retreat... Bis zum Tod... Alter... Und... Äh... Da ist nochmal so... 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 So ein Feuer... Wisst ihr... So... Ich hab dann nochmal... Sozusagen... Meine... Sinne geschärft... Ja... Die Wahrnehmung... Ja... Zum Thema Gehirnleistung... Gehirn... Unsere Gehirnleistung... Der Zustand... Unseres Gehirns... Ist abhängig von... Von Gedanken... Von gesundheitlichem Zustand... Und von... Der Wahrnehmung... Ja... Unsere Wahrnehmung... Nehmen wir durch unsere Sinne... Äh... Ja... Klar... Schmecken... Ja... Anderes Thema... Riechen... Auch... Anderes Thema... Passt dann auch nicht so rein... Aber... Sehen... Hören... Fühlen... Und... Ich dachte mir so... Kann sein... Ich... Ich... Werde mit einer Niederlage nach Hause gehen... Aber... Nicht ohne einen Kampf... Alter... Ich werde alles geben... Ich... Ich weiß... Ich habe alles gegeben... Also... Ich will alles geben... Und... Dann... Dann... Dann gehe ich mit einem Gefühl raus... Ich habe alles gegeben... Und besser konnte ich nicht... Und nicht irgendwie so... Ah... Scheiße... Nichts, Alter... Ja... Und... Ich werde alles... So... So... So habe ich das... So... So habe ich meine... Wie soll ich sagen... Strategie geändert... Ich saß dann so da... Und... Hab da so von links und rechts hinten... So Leute gehört... Die... Ähm... Die dann schon richtig... Am Verzweifeln waren... Ähm... Ja... Die... Die haben ihre Unzufriedenheit mit so Tönen... So... Ah... So ausgedrückt... Und... Äh... Ja... Ich dachte mir... Alter... Ja... Ich... Kämpfe bis zum Letzten... Und... Ähm... Genau... Und... Wenn ich dann... Ich gebe jetzt alles... Und... Äh... Wenn es dann... Wenn es... Wenn das nicht ausreicht... Dann weiß ich... Ich habe alles gegeben... Und... Bin nicht kampflos... Nach Hause gegangen... Und... So... ESpec-Verschwein... Er schwein... Und sind die Schwein... die durchfallquote ist nicht umsonst bei so 80 oder 90 prozent bei diesem bei diesem psychologischen test es fallen weniger leute durch sport test durch als durch den psychologischen test es heißt zwar man soll im persönlichkeitsgespräch locker sein aber ich denke ich denke wenn man zu locker ist dann aber zeigt man damit dass das egal ist ist hier und bei mir vor allem es geht um alles das war ein all in ein all in alter alles oder nichts sterben oder schafft ein ein spiel ja eine eine herausforderung wo man auf leben oder tod zumindest war ich so eingestellt ja es war wirklich übertrieben wird wahrscheinlich der ein oder andere denken aber manchmal wenn ich eine prüfung betrete dann bin ich so eingestellt kämpferisch ist hier im sinne ich mache ich jetzt fertig halt und sei es wenn das das letzte ist was ich immer verkackt ich mache meine freude war groß nachdem ich es geschafft habe und vor allem durch diese sätze genau solche leute suchen wir dass da war ich wirklich sehr geführt weil man weiß nicht was diese schreiben und weiß nicht was was wahrscheinlich hin ist es was gutes was schlechtes sagen hier nicht sagen hier erst am ende und man weiß auch nicht seinen punktestand also hat man gut abgeschnitten oder ja klar wenn man weitergekommen ist hat man ja wenn man zum persönlichkeitsgespräch geschafft hat hat man das vorherige auch geschafft aber es war trotzdem du bist die ganze zeit in so einer ungewissheit und für die schadensfreudigen unter euch also vielleicht übertreibe ich das jetzt aber klar ich denke das hat auch ein bisschen so schauspielerei bei mir in youtube gehabt also klein war so meine aufregungen waren immer authentisch das war immer eine authentische aufregung und ich denke darüber freuen sich viele weil es sieht einfach lustig aus wenn ich persönlich ich persönlich also schaue ab und zu so einen streamer an doctor disrespect ich glaube den kennen fast alle ist wahrscheinlich der weltbekannteste von allen der gerade existiert und es macht mir auch ist ja wenn er so klar er macht so 10 20 kills skill-wise super aber wenn er mal gekillt wird dann muss ich lachen es ist halt die schadensfreude die dann heraus spricht und genauso kann ich mir vorstellen dass ihr über mich über mich lacht wenn ich irgendwo in wasen verkacke aber was ich eigentlich sagen wollte ich muss also ich werde ich werde den ärztlichen test schaffen meine freundinnen und da gibt es nichts weiteres zu sagen falls ihr denkt falls ihr hofft dass ich es nicht schaffe muss ich euch enttäuschen der abonniert sofort den kanal wenn ihr wenn ihr überhaupt daran gedacht habt dass ich es nicht schaffen werde so sei es gesagt ja ich übrigens ja anzahl der abonnenten ich bin überrascht dass nach zwei wochen inaktivität ich immer noch 142 abonnenten habe also vielen dank ihr seid eine treue loyale team aber ich muss auch gleichzeitig sagen wenn ja dass das das was ich mache also wenn ich jetzt diese ärztliche untersuchung bestehen sollte ich werde nachdem ich das bestanden habe fängt das duale studium am ersten juli 2024 an und ab diesem zeitpunkt werde ich ich werde mich ich werde mich dieser diese sache hingeben ich werde mich hingeben und das bedeutet für es ist für mich eine sehr gute nachricht was ich mit euch hier dieser in diesem video teile aber für euch zuschauer ja ich werde ich als mensch werde dann sozusagen ja es heißt prioritäten setzen ja studium sport dass das steht dann bei mir in der ersten linie bücher lesen und spiele wenn ich überhaupt dazu komme ich bin mir nicht sicher also ich denke der kanal der kanal wird auf jeden fall nicht offline gehen der kanal wird auf jeden fall weiterhin bestehen aber er wird inaktiv sein also inaktiv das könnte bedeuten ich werde vielleicht ein video in einer woche machen es könnte aber auch sein ich werde ein video in zwei wochen oder ein video in einem monat machen ich weiß je nachdem wie intensiv das duale studium ist ich sage hier ganz klar direkt ich werde mich dem studium hingeben das wird für mich die nummer eins sein der priorität und ich hoffe ihr habt verständnis ist ihr ich kann mit youtube auch wenn ich das wirklich gerne mache ich kann mit youtube meinen lebensunterhalt nicht finanzieren ach ja das das ist auch eine sache die ich noch sagen möchte ich darf gesetzlich ich habe mich darüber auch schlau gemacht ich darf gesetzlich nicht parallel zu diesem studium mit ja das ist ja ein duales studium und mein dienst her also das wird so sein nachdem ich meine mein mein studium duales studium erfolgreich abgeschlossen habe werde ich ich werde dann einen eid schwören verbeamtet ja und ab dem ersten juli darf ich parallel keine anderen einkünfte machen das heißt ich darf keinen aushilfsjob machen kein nebenjob teilzeitjob gesetzlich darf ich das nicht ebenso youtube also youtube darf ich schon machen aber ganz wichtig zu unterstreichen damit geld zu verdienen ja das bedeutet also ich mache wirklich youtube als hobby und ich muss wirklich sagen ich darf nicht die 1000 abonnenten grenze überschreiten denn sobald ich das gemacht habe das ist sozusagen die voraussetzung für youtube dass das youtube dich anfängt zu bezahlen ja die voraussetzungen bei youtube sind damit sozusagen bezahlt wirst von youtube 1000 abonnenten und irgendwie so eine gewisse anzahl an stunden irgendwie so 4000 stunden video material das erfülle ich vermutlich bereits schon aber die 1000 abonnenten grenze habe ich nicht dass ich hoffe das bleibt auch so denn sobald ich sage euch wirklich das so wie es ist sobald ich die 1000 abonnenten grenze überschreiten werde ich bezahlt und das würde bedeuten ich würde in konflikt mit meinem dienst her stehen ja weil ich gesetzlich das eigentlich nicht darf und deswegen müsste ich dann den youtube kanal offline stellen aber solange diese 1000 abonnenten grenze nicht überschreiten überschreiten wird werde ich ganz normal das ist ganz normales hobby für mich dann ich werde ganz normal videos machen und genau wichtig ist ja bitte also es ist eigentlich kontra also das ist eigentlich das gegenteil was eigentlich die über eigentlich möchten die über möchten eigentlich viele likes viele abonnenten aber bei mir ist das tatsächlich dann das gegenteil ich möchte ich möchte youtube hobby mäßig weitermachen und damit ich das weitermachen kann muss die anzahl der abonnenten unter 1000 sein deswegen ich freue mich natürlich wenn ich mehr abonnenten mehr zuschauer habe ja aber nicht über 1000 ja also ja wir speichern ab ach du scheiße zwei stunden was holy shit ja meine freunde es gab viel zu erzählen also ich bin wirklich meine damen und herren ich bin wirklich froh ich bin wirklich froh dass ich meine ich werde euch mal jetzt etwas vorlesen ich habe das glaube ich auf dem desktop ich werde euch ja ich werde euch jetzt etwas vorlesen von einem schaulin ja die schauliner haben ja eigentlich auch sehr gute philosophien und ich werde euch jetzt mal was vorlesen was mir persönlich sehr gut gefallen hat was auf mich vielleicht zutrifft also los geht's ich habe einen lebensweg für mich gefunden wo ich wirklich gerne morgens aufstehe weil ich einfach nicht das gefühl habe zeit zu verlieren oder etwas sinnloses zu machen man sollte sich abends immer fragen habe ich heute etwas gutes für mich oder jemand anderen getan das ist ein gutes indiz ob dieser tag verschwendet verschwendet war oder nicht ich möchte ein beruf nachgehen der zu meiner berufung wird wo ich das gefühl habe etwas etwas zu machen mit einem höheren sinn wo ich das gefühl habe dass ich einen ja 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 wo ich wirklich das gefühl habe dass ich klar dass ich jemandem helfe zum beispiel ja und ich möchte abwechslung in meinem beruf haben ich möchte einen beruf haben der im idealfall zu meinen charakterlichen eigenschaften perfekt passt und auch zu meinen kompetenzen zu meinen fähigkeiten zu meinem potenzial zum thema potenzial ist mir etwas eingefallen was ich aus meinem motivationsbuch gerne euch vorlesen möchte und ich denke mit diesen worten werde ich auch das video dann abschließen jeder von uns ist auf unglaubliche jeder von uns ist mit unglaublichen fähigkeiten auf diese welt gekommen und wenn diese sich nicht entwickeln können dann ist das nicht nur schade sondern es ist auch eine sünde deswegen meine damen und herren sucht euch einen job oder beziehungsweise ich hoffe ihr habt einen job wo ihr euer potenzial ja euer potenzial mit einbringen könnt es entwickeln könnt findet das was euch spaß macht denn nur so werdet ihr gut darin ja es muss spaß machen und wenn es spaß macht dann werdet ihr automatisch von euch selbst motiviert von euch selbst angetrieben werdet ihr darin gut es wird dann nicht irgendjemand sagen so mama papa oder irgendwie 50.000 leute um euch herum die dann irgendwelche erwartungen an euch haben und dann sagen ja macht dies das jenes nein ihr werdet von selbst angetrieben sein das zu machen was euch spaß macht ich denke also meinem gefühl war das vermutlich dass das längste video auf meinem kanal und ich hoffe auch gleichzeitig das beste also mit dem thema das beste ja das beste ist ja immer relativ zu sehen für den einen ist das gut für den anderen was anderes gut der eine möchte vielleicht gameplay sehen gab es dieses dieses mal leider nicht aber dafür ich denke ich denke das was ich gesagt habe dass das ja das das war das das war nicht etwas sinnloses sondern das war schon etwas schönes hoffentlich okay meine damen und herren ich bedanke mich wirklich recht herzlich fürs anschauen danke dass ihr ja angeschaut habt bleibt motiviert genau ich wollte auf jeden fall noch sagen dass ich die zwei laufenden let's play projekte auf meinem kanal auf jeden fall vor dem ersten juli 2024 beenden werde also das bedeutet gothic und metro aber was dann passiert kann ich euch nicht sagen so und auf jeden fall bleibt gesund neugierig in der bewegung und motiviert und vergesst nicht motion with emotion ja ok also wir sehen uns macht's gut ciao wir sehen uns im nächsten Teil aus Vielen Dank.